RB Leipzig spielt im Viertelfinale der Fußball-Europa-Liga gegen Olympique Marseille. Die Rasenballsportler treten am 5. April zuerst im Zentralstadion an, in die Runde der besten Acht einzuzielen. Allerdings hatte der KSC seinerzeit auch keinen Getränkekonzern als Vereinsgründer im Rücken. Die Halbfinalbegegnungen werden am 26. April und 3. Mai ausgetragen. Das Endspiel steigt am 16. Mai in Lyon der FC Arsenal aus London mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil. Das Endspiel steigt am 16. Mai in Lyon der FC Arsenal aus London mit den deutschen Weltmeistern. Das Endspiel steigt am 17. Mai in Lyon der FC Arsenal ausgetragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.